Beschädigte Kabel sollten umgehend ersetzt oder fachgerecht repariert werden. Keinesfalls sollte man sie weiter nutzen, nur weil sie vermeintlich noch einwandfrei funktionieren. Auf Duspol und Multimeter ist kein Verlass. Warum, zeige ich dir in diesem Video. Hier habe ich exemplarisch eine angebohrte Mantelleitung herausgesucht. Bei genauerer Betrachtung ist bereits das blanke Kupfer zu sehen. Mit meinem Duspol prüfe ich alle drei Leiter untereinander auf Kurzschluss. Zur Sicherheit wiederhole ich dies auch mit dem Multimeter. Beide Messungen zeigen jedoch das gleiche Ergebnis. Kein Durchgang. Heißt das also einfach einen Schrumpfschlauch drüber und alles ist wieder gut? Nein, denn wie bereits gesagt, ist hier auf beide Messgeräte nur bedingt Verlass. Anhand eines Isolationsmessgeräts möchte ich dir dies verdeutlichen. Wie das Multimeter misst auch der Isolationstester den Widerstand zwischen beiden Messsonden. Dies jedoch unter hoher Spannung, die das batteriebetriebene Gerät während seiner Messung eigens aufbaut. Zunächst führe ich die Isolationsmessung zwischen Außen- und Schutzleiter durch. Beginnend mit einer Messspannung von 250 Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Nun wiederhole ich die Messung zwischen Schutz- und Nullleiter. Bei 250 Volt ist das Messergebnis noch unauffällig. Erhöhe ich auf 500 Volt, fängt die Widerstandsanzeige an zu springen. Und spätestens bei 1000 Volt sehe ich anhand der Anzeige ganz klar, dass ein Isolationsfehler vorliegt. Was das nun genau bedeutet, möchte ich dir anhand eines weiteren präparierten Kabels verdeutlichen. Wie zu sehen ist, habe ich zwei Adernhänden freigelegt, jedoch ohne, dass sich das Kupfer untereinander berührt. Dies bestätigt mir nicht nur das Stück Papier, welches ich problemlos zwischen beiden Adern bewegen kann, sondern auch die Durchgangsprüfung mit dem Multimeter. Nun schließe ich erneut das Isolationsmessgerät an. In diesem Versuchsaufbau an Phase- und Neutralleiter. Wieder fängt die Ohmanzeige bei 500 Volt an zu springen. Zeitweise höre ich auch ein leises Knistern. Bei 1000 Volt ist das Geräusch nahezu durchgehend. In der Nahaufnahme ist gut zu sehen, woher es kommt. Es liegt auf der Hand, dass ein solcher Lichtbogen aufgrund einer defekten Isolierung zwischen Außen- und Neutralleiter zum Brand führen kann. Daher solltest du dich bei einem beschädigten Stromkabel nicht auf die Durchgangsprüfung mit dem DUS-Pol oder einem herkömmlichen Multimeter verlassen, sondern es, wie bereits eingangs erwähnt, immer ersetzen oder zumindest fachgerecht reparieren lassen. Das in dem Video verwendete Isolationsmessgerät habe ich dir übrigens in der Videobeschreibung verlinkt. Beachte jedoch, dass es kein Profigerät ist. Für meinen gewöhnlichen Anwendungsfall, die Prüfung neuer Schiene-Elektronik auf Isolationsfehler, genügt es mir jedoch allemal.